In Hannover begrüße ich meinen Kollegen Peter Kunz. Was bedeutet das für die Unterstützer-Szene? Wie wichtig ist dieser Verurteilte? Er war wichtig als Integrationsfigur in der Zeit, als der islamische Staat seine Hochzeit hatte in Irak und in Syrien, also 2014 bis 2016. Da hat Abu Bala mit seinem Charisma als Redner tatsächlich großen Einfluss auf vor allen Dingen junge Leute ausgeübt und hat dadurch dafür sorgen können, dass Menschen überzeugt wurden, junge Männer vor allen Dingen in dieses Gebiet zu gehen, in das Kampfgebiet und im Zweifelsfall auch zu sterben. Natürlich ist er in den letzten Jahren durch die Tatsache, dass er im Gefängnis saß, nicht mehr mit dieser Strahlkraft sozusagen unterwegs. Übrigens darf ich die Regie bitten, den Ton runterzuziehen. Ich habe ein Echo auf dem Ohr. Das macht es ein bisschen schwierig. Dankeschön. Also er hat nicht mehr diese Strahlkraft und diese Szene hat sich ja auch verlagert. Sie ist vielmehr ausgewichen inzwischen in Hinterzimmer, in Privatwohnungen und nicht mehr so offensichtlich wie damals in der Zeit, als Abu Waller noch in der Hildesheimer Moschee gepredigt hat. Der Zellerprozess dauerte ja insgesamt 245 Verhandlungstage. Wieso dauerte das so lange, insgesamt dreieinhalb Jahre? Weil es ein Indizienprozess war, doch weitgehend. Es gibt den Kronzeugen. Es gibt einen V-Mann, der dessen Aussage auch mit zur Verurteilung geführt hat, der aber im Prozess nicht einvernommen werden konnte aus Sicherheitsgründen, um den Mann zu schützen. Es stützt sich also vieles auf Indizien. Das dauert grundsätzlich lange. Wir haben die Zahl der Zeugen gehört, aber gerade im letzten Jahr hat auch die Verteidigung dafür gesorgt, dass alles noch länger dauerte, als, so sagt zumindest der Vorsitzende Richter, als es eigentlich nötig gewesen wäre, indem immer neue Beweisanträge gestellt wurden. Selbst als einer der Angeklagten eingeknickt war, der hatte nämlich vor einem Jahr schon fast ein Geständnis abgelegt und ist dann auch in einem Sonderverfahren schon abgeurteilt worden. Und die Verteidiger haben ja die Glaubwürdigkeit des Kronzeugen hinterfragt. Wie bewerten Sie das? Na, die Verteidigung sagt, das sind doch alles Lügegeschichten und das sei ein notorischer Lügner. Wie soll man dem etwas glauben, wenn er jetzt Abu Wallah oder die anderen Angeklagten belastet? Aber da hat das Gericht in seiner Urteilsbegründung heute ganz klar gemacht, es gibt zu viele Geschichten, die sich nicht nur ähneln, sondern wo das, was beispielsweise der V-Mann berichtet hat, in Echtzeit sich mit dem deckt, was der Kronzeuge erzählt hat. Und so viele, sagt das Gericht, so viele Ähnlichkeiten kann man sich nicht ausdenken. Oder wenn die Geschichten ausgedacht gewesen wären, dann kann es nicht sein, dass diese Abfolge sich so deckt, wie sie das dann in der Beweisaufnahme peu a peu offensichtlich getan hat. Wie groß schätzen Sie denn die, oder die Sicherheitskräfte, die Gefahr des IS und seiner Unterstützer derzeit ein, heute in Deutschland? Die Sicherheitsbehörden wie auch Experten auf dem Gebiet Terror gehen davon aus, die Gefahr ist immer noch da. Es gibt immer noch eine Szene. Die Szene wird sich vermutlich oder will sich vermutlich auch wieder bemerkbar machen, in welcher Form auch immer. Also die Gefahr ist nicht gebannt. Und der islamische Staat, auch wenn er militärisch nicht mehr existiert, in dem Gebiet, in dem er Territorien besetzt hatte, oder sagen wir nur noch bis auf kleine Gebiete, die es ja immer noch gibt, dort existiert, dann gibt es trotzdem das Netzwerk. Das Netzwerk arbeitet global und die Gefahr ist da. Aber mein Gefühl ganz persönlich ist, dass auch die Beobachtung dieser ganzen Szene ganz gut funktioniert. Und wie wird jetzt mit dem Verurteilten verfahren? Er ist irakischer Staatsbürger. Was passiert mit ihm? Er geht in Haft hier. Also ich denke, der nächste Punkt ist ja erstmal die Tatsache, dass die Verteidigung in Revision gehen will und möglicherweise wird vor dem Bundesgerichtshof das Ganze ja dann doch nochmal ausgerollt. Aber er ist in Deutschland rechtskräftig verurteilt und ich denke, er bleibt hier dann auch erstmal in Haft. Peter Kunz in Hannover. Vielen Dank für das Gespräch.